Hi Leute, zwei Sachen, die ihr seht. Einmal das Thumbnail und einmal die Rockstar-Jacke. Thumbnail. Sorry. Bin auf meinem zweiten Grund gejoint. Denn wir werden heute ein Polarwolf vs. Wolf machen, Mann! Moment. Mann! Wo ist das wie? Banane-Ewe. Was weiß ich da? Rüpp! Ich konnte ihn nicht gefunden werden. Wäääää! Ich muss da nochmal gucken. Moment. Was weiß ich hier, neue Spieler? Ja. Okay. Geil, Mann. Dann muss ich mich in den Fronten verbringen. Ähm, für das Thumbnail danke an Lisa und für die Rockstar-Jacke, die habe ich getauscht bekommen gegen mein Stachel als Band. Komm her. Komm her. So. Ich glaube, ich heiß da Banane-Ewe. Liebe Bananen. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, heute ein Polarwolf vs. Wolf machen. Die Banane-Ewe. Ja, und viel Spaß. Das Tanzen. Das die verspielte Animation. Beim Polarwolf besser. Die Banane oder der Polarwolf. Das Springen. Das Sitzen. Und zu guter Letztes schlafen. Die Höhle. Das Schlafen. Das ist's. so leute das war es mit dem video und ja ich werde jetzt noch die bilder machen als ob ich die nicht schon vorbereitet habe nein habe ich nämlich nicht voll der müll voll der müll es ist voll der müll aber das ist auch voll der müll aber es ist voll der müll und ich hab nicht sorry alba aber ich kann dir was anderes was hast du denn oh mein gott ich gebe dafür jetzt diese halskette mann ja ich bin halt nicht sie wollte die halskette mann ja ich würde sagen das war es dann auch mit dem video und ich mal jetzt